Edeka Schnitzler ist Ihr frische Markt in Heinsberg. Erst testen, dann kaufen. Probieren Sie gerne einmal unsere über 150 regionalen und internationalen Wurstsorten. Wurst- und Fleischprodukte sind Vertrauenssache. Und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Denn Frische und Qualität sind unser Grundprinzip. Kaum ein Lebensmittel ist so vielfältig wie Käse. Wir setzen auf Abwechslung und geschmackliche Vielfalt. Käse in allen Variationen, am Stück oder geschnitten. Gerieben, gehobelt sowie frisch vorverpackt. Obst und Gemüse sind eine wichtige Grundlage für die Gesundheit. Entsprechend groß ist unser Angebot an frischer Ware. Täglich warten Ernte frische Erzeugnisse auf Sie. Bevorzugt aus regionalem Anbau, in bester Qualität und großer Auswahl. Mit den Produkten unserer Eigenmarken Edeka und Gut und Günstig bieten wir ein vielfältiges Angebot, das überzeugt, in Qualität und Preis. Unsere Präsentkörbe sind eine individuelle Geschenkidee für jede Gelegenheit, die wir auch nach Ihren Wünschen und den Vorlieben des zu Beschenkenden gestalten. Neben einem Standardsortiment finden auch anspruchsvolle Genießer für jeden Anlass die richtigen Weine und Spirituosen. Wir sind täglich von 8 bis 24 Uhr und samstags von 8 bis 22 Uhr für Sie da. Edeka Schnitzler in Heinsberg